Yo Freunde, viel Spaß bei den Highlights heute und wir sehen uns auf jeden Fall die Tage wieder mit Call of Duty, MV2-Konto und ich hoffe, ihr habt Bock. Gangshit. Was soll ich denn tun? Ich versuche jetzt hier Early mal Aggression zu schauen. Zack, noch Fragen? Ich glaube nicht. Ja, Early Aggression, meine Junge. Operator down, Junge. Ja, ja, Operator wahrscheinlich. Operator is down. Der Operator is down. Operator down. Begleitung, Begleitung ist übrigens Scene heute. Den kennt man aus den ganzen Videos Scene. Yo, yo, yo. Eigentlich, also ihr müsstet mich eigentlich kennen. Also die Stimme sollte bekannt sein. Also wenn hier ein Follow kommt, hört man ihn eigentlich regelmäßig Oh nein, Oh nein sagen. Ja, genau, richtig. Der bin ich. Ich bin der Typ vom Follow Sound. Ich mach das mit Beamy jetzt. Guck mal, da ist er. Boah, guck mal, guck mal, guck mal, wie fancy ist der denn drauf? Oh, wir haben Beamy getötet. Huch. Es tut mir leid, der ist gestorben. Oh mein Gott. Ich dachte, der wird richtig krass gesegnet. Ah, okay. Alle Kinder spielen draußen außer Sabine. Die sitzt hinter der schwedischen Gardine. Okay, der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. Was? Junge, was war das denn? Die vernichten sich noch gegenseitig. Klaus, der schaut immer raus. Das nenne ich mal schwarz-nummer. Was denn? Ja, genau das wollte ich sagen. Okay, also, super. Digga, hier muss ich den aufmachen. Digga, shiften ist dann ja super geil, wenn er so eine Queechy-Tür hat. Da kommen welche. Underground. Huuu. Huuu. Du bist in die Diegel, oder? Du bist in die Diegel. Ich lasse es jetzt einfach mal laufen. Und ich würde mal sagen, wir gehen einfach jetzt bei Lustige Kinder rein. Das scheint das letzte Video gewesen zu sein, was wir auch... Wir gehen bei Lustige Kinder rein. Yo. Ach, das heißt ja, alle Kinder. Lustige Kinder. Und die eigenen Formate gar nicht kennt eigentlich. Holy shit. Jetzt zeig mal, ich geh nur in die Siege, zeig was du damit kannst. Komm rein. Warum geben die denn long komplett auf? Verstehe ich gar nicht. Wo oben rein. Leute, er steht da drin. Oh mein Gott. Ich bin in ihn reingelaufen. Er stand Bibliothek. Let's go, Digga. Der allerechte Cracky, Digga. Guckt ihn euch an, Digga. Er stoppt nicht. Let's go. Oho. Let's go. Habt ihr den miesen Kopf-Breakdance-Move gesehen, Digga? Ich bin der Folger der Kopf-Breakdance, Digga. Ah. Mann. Hilfe. Aua. Nein. Hör doch jetzt mal auf, Digga. Schau mal rein. So kacke kann der Bruder ja. Nicht sein. Oh. What? Der Typ, der richtig ist ja ein Leben hier. Komm, wir machen das jetzt mal wieder. Der Typ mit der Cap, Digga, hat sich kurz geschlafen gelesen. Merkw